So, da bin ich wieder. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Ich hab gerade in der Aufnahme nochmal nachgeschaut und es war die F-Taste, wo man es benutzen musste. Hihi. Und ich hab gerade feststellen müssen, dass ich vergessen habe, bei Fraps das Mikrofon auszustellen. Das heißt, meine Stimme wurde jetzt praktisch zweimal aufgenommen. Schnauzermusik, ich rede gerade. Das heißt also, dass ich jetzt den einen Part, den ich jetzt schon aufgenommen hatte, jetzt ein bisschen länger mache. Der ist jetzt so um die 24 Minuten lang. Und jetzt hab ich halt Fraps Mikrofon-Zeugs ausgemacht und jetzt nehm ich auch wieder mit aus, das seht ihr auf. Das heißt, der nächste Part am übernächsten Freitag wird ein bisschen länger als sonst. Seid froh drum, weil der Rainbow scheiße gebaut hat. So, und ich benutze gerade die F-Taste übrigens. Jetzt frage ich mich aber gerade. Ah ja, so schieße ich. Yes. Kann ich jetzt nicht auch hier... Jetzt kann ich auch so einen nehmen, ne? Wee. Bäh. Ekelig, die ganzen Fliegen. So, jetzt kann ich hier durch. Eieiei. Hier haben wir was. Heben Sie Schemata auf, um dem Shop Objekte hinzuzufügen. Ach ja. Flammenwerfer. Oh. Das Schema können wir doch gleich mal aktivieren da drüben im Shop. Wir müssen ja nichts kaufen. So, Hallöchen. Heruntergeladen. Das Schema Flammenwerfer. Okay. Hydrazine Industriebrenner. Okay, gut. 11.000 kostet er nur. Das geht sogar noch. So, jetzt gehen wir mal hier durch die Tür. Ja. Isaac, sind Sie noch da? Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Coats von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole. Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn Sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Termit in der Medikamentenausgabe. Und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapie am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zeitlos. Oh nein. Hä? Warum ist denn da jetzt schon wieder ein Schock? Ja. Oh, die blutigen Hände da. Äh. Der wurde bestimmt an die Wand so gedrückt. Und dann zerlegt. Boah, und die Frau ist auch noch gestorben. Das finde ich ja immer so grausam, wenn Frauen im Film sterben oder in Spielen. Ich weiß nicht. Das hat irgendwie nichts. Boah, hier geht die ganzen fliegen. Aber hier ist wenigstens eine Xbox. Na. Noch mehr Kohle. Yay. Okay, was haben wir hier noch? Ein Schränkchen, das machen wir auf Plasma-Energie. Yay. Und hier haben wir eine Speicherstation. Wir können es ja mal eben machen. Und jetzt speichere ich mal hier in dem Slot 2. So. Supi-dupi. Und wir müssen jetzt da durch. Das machen wir doch glatt. Hat der sich gerade bewegt? Ih, der bewegt sich. Jetzt nicht mehr. Alter, der hat sich... Sekundärfeuer. Alle Waffen verfügen über einen alternativen Feuermodus. Sekundärfeuer. Leertaste. Mhm. Ja, das ist halt beim Plasma-Cutter dieses Drehen. Okay. Dankeschön. Bäh. Bäh. So, und da durch. Oh, hier ist schön hell. Halt die Schnauze-Tür. Bäh. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Oh nein. Oh nein. 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 Nih, 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 nih. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Fähr auf zu schwabbeln. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. war mannen anderen anderen ein gewerkeleke ich schmecke gar nicht gut Alter Schwede Darf ich jetzt? Mann Ja, ich weiß, Isaac, du bist gerade so, okay Das ist doof, an der Geschichte ist, ich glaube ich, ein Muster da unten Woher kommt das? Alter Okay, ganz ruhig Ich wollte ruhig bleiben Ich möchte seriös bleiben Ich bin entsprechend seriös, ja Trotzdem habe ich gerade voll die Gänsehaut So, da ist noch ein Propeller Aber hier ist kein Lüftungsschacht Unlogisch Was steht da? Watch the Whamp oder so Keine Ahnung Ich wusste jetzt, warum konntest du nicht nach oben gehen? Oh, hi Der hat die Geräusche gemacht Ah, okay Jetzt bin ich voll Supi-dupi Alter Schwede Habe ich eigentlich noch genug Munition, sehe ich gerade Ähm, ja Das langt hoffentlich noch Da vorne ist eine Tür Die kann ich aufmachen Yes Das war zwar Verschwendung, aber hat sich voll gelohnt Jetzt gehe ich mal hier rein Ich gehe weg, gehe weg, gehe weg, gehe weg, gehe weg ああ, das war so Ja der lageledadadadadadadadadadadadеди Die didi 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 Die didi 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 dididi io didi didi Aber mehr aquizeug weg 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 was eine arschparade heute dankeschön boah der letzte war unfair der hatte eisendinger an den beinen die konnte ich gar nicht abschneiden die ganzen tentakel da im mund hallo und da liegt was da liegt was plasma energie supi was haben wir da ein video log okay ich glaube das trifft es ganz gut doktor gotteswerk ich bin mir nicht sicher wir müssen annehmen dass die probleme der kolonie in irgendeiner weise mit dem marker zusammenhängen sie können annehmen was sie wollen aber lassen sie mich daraus der marker ist ruhmvoll und göttlich und sie sie wissen das gotteswege sind rätselhaft wie dem auch sei wir werden ihn morgen an bord haben dann können sie analysieren wie sie wollen warum so beunruhigt beunruhigt hätten da unten sterben menschen sie töten einander ist dieser irrsinn die transformation die unitology uns lehrt doktor terence wenn viel auf dem spiel steht ist die gefahr immer groß und hier ist sie gigantisch alles könnte sich verändern genau das beunruhigt mich so so gotteswerk das sind einfach außerirdische das ist nicht das werk von gott meine güte das weiß doch jeder ich gehe noch mal hier rein xbox plasma energie sehr gut kann man immer gebrauchen das zeug und noch mehr mensch haha und noch mehr geil und hier war ich auch noch nicht drin woher geht sogar weiter was ist das hier ich hoffe mal ich treffe später nicht auf solche viecher die so richtig fett sind bäh äh ok ok ich glaube jetzt habe ich genug plasma energie ich gucke mal nach hochjahr langt okidoki dann geht's hier lang nein bleib auf was ist das denn da vorne jeder werden babys gezüchtet oh hallo 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 hat jedoch tatsächlich geht auch jeder hobs den ich irgendwie fünf minuten kenne oder jetzt in dem fall fünf sekunden hallo nicht den kopf verlieren ne alter ekelhaft er war doch eben noch das Viech wo ist es hat man hat man es bloß zu hälfte gesehen aber ich glaube der hat gerade Fußball gespielt in den fänden fiech